unser bürger macht auf jeden fall trinken unser engineer hat sein ding fertig dann brauchen wir erst mal drei neue rock mechanismen da unser engineer kommt ein Ähm... So. Jetzt heißt es hier... Muss ich noch eins runter? Ja. Hier. Das removen. So. Und jetzt geht es da gerade nur runter. Oh. Du bist... Possessed? Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Wo läufst du hin? Possessed by unknown forces. Strange mood. Okay. 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 Noch hat er keinen Workshop gefunden. So wie es aussieht. Steht jedenfalls gerade nichts da. Äh... Äh... Jetzt brauchen wir... Constructions. Äh... Nein, hier nichts. Traps. Mach... Machines und Fluids brauchen wir. Wir brauchen nämlich hier ein Level. Link Lever. Link Lever. So. Link Lever. So. Er sollte jetzt die Brücke linken. Hm? Okay. All unsere Sachen sind fertig. Du bist mit der Child Bridge gelinkt. Du bist mit der Child Bridge gelinkt. Dann holen wir die mal um zu testen. Ja. Ja. Sie ist hochgeklappt. Gut. Jetzt ist sie wieder unten. Sehr gut. Hier wo es sporthafte... Mhm. Ich sehe aber gerade nicht... Äh... Was für einen Workshop er möchte. Hier unten sind alle Workshops gerade frei. So. Ich hätte jetzt gerne Furniture. Tische. Und ja, so ist es einfacher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht. Und dann hätte ich noch gerne... Chair. Oh, und ich kann alles ausradieren. Kl phone eighteig. Und dann. ... Weil ich bin um eins zu weit nach unten gerutscht. Fällt mir gerade so auf. Und ja, eigentlich sollte ich ein bisschen gründlicher sein gleich. Und erst einmal... Ja. Will ich eigentlich, dass das hier alles erstmal gesmoothed wird. Äh... Nur kannst du das wieder abreißen? Und ja. Du hast immer noch eine strange Mood. Ja gut, das wird jetzt eine Weile dauern, bis er den Abschnitt gesmoothed hat. Solange kann ich mich neuen Aufgaben für die Miner widmen, nämlich hier. Zoomen wir jetzt erstmal raus. Hier müssen wir nämlich jetzt ein gutes Stück nach da oben graben, um unser Farmgebiet zu erreichen. Hier ist immer noch Kalk. Und da kommt dann Limestone, okay. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen hier rum. Wir graben erstmal hier so aus. Und da muss ich mal hier rum. Naja, irgendwann müssten wir auch mal auf Dings stoßen. Sand und Clay. Mhm. Du willst mir nicht sagen, dass hier im gesamten Zentrum... ...nur Limestone ist. Und wir gehen mal hier zu Stripminern. Weil wir brauchen als nächstes dringend Felder. Machen wir mal kurz Pause und zeigen mir mal... ...wie beim Labor es gerade mit der Küche aussieht. Achso, die können nur verkocht werden. Das kann verkocht und verbraut werden. Okay. Okay. Wie? So. Okay. Hier fängt Sand an. Jetzt bin ich mal erstmal kurz sicher gehen. Farming. Ja. Ja. Gucken wir mal, wie weit zieht sich das durch. Mit dem Sand. Was? Was? Wes, 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 warum? Okay. Metalworkers müssen fuck down. Ja. Das tut uns jetzt leid um den Metalworker. Ja, okay. Man kann doch sich irgendwo noch einen Lock für solche Kämpfe angucken. Hm. Okay. Ja. Die holen jetzt Wasser. Hm. Also, so wie es aussieht, ist hier der Sand. Und ja, ich wurde gerade mehr oder weniger abgelenkt. Das war zum Glück nur ein Metalworker und nicht unser Armor oder unser Weaponsmith. Nein. Gut. Hier will ich hin. Du bist immer noch ganz fleißig, damit den Boden smooth zu machen. Hier errichten wir dann ein kleines Lager für Seeds. So, dann ist die Frage, wie machen wir das hier? Also, natürlich erstmal graben wir das hier noch zu Ende so aus. Food und Drink haben wir mehr als genug. Ich frage mich gerade immer noch, wo sie die Leiche von dem hinhaben. Und ja, ich sehe gerade, es ist mal wieder Zeit zu speichern, leider. Also ja, wir haben schon mal wieder Fortschritte gemacht, aber es gibt noch viel zu tun. Save and return to title. Save to this timeline. So, also, dann machen wir jetzt einen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann.